Die Freestyle-Elite Europas trifft sich am Sonntagnachmittag 21. Oktober in Berlin um den Gewinner der European Freestyle Football Championship und damit den besten Freestyle-Elite. Los geht es um 14.50 Uhr und Goal überträgt das Event aus der deutschen Hauptstadt auf seinem YouTube-Kanal im Livestream. Das Final-Battle, in dem schließlich der Sieger ermittelt wird, ist für 16.35 Uhr angesetzt. Um 16.40 Uhr steht dann der glorreiche Gewinnerfest, das Final-Battle in der Konkurrenz der Frauen steigt bereits um 16.25 Uhr. Punkt. Zuvor stehen sich bei den Frauen und den Männern am Sonntag die Top-16 jeweils in 1-gegen-1-Duellen gegenüber. Punkt. Zuvor ist off.